Hi, ich bin Katie Bird und ich mache ein Auslandsjahr in Kenia. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. In diesem ersten Video werde ich mich kurz vorstellen und etwas über mein Auslandsjahr erzählen. Also, mein Name ist Katie, ich bin 24 Jahre alt, ich bin Musikerin und Veranstaltungstechnikerin. Ich arbeite ehrenamtlich in der Evangelischen Kirche und im Karnevalclub meines Heimatortes. Seit dem Abitur träume ich von einem Auslandsjahr und seit ich die Ausbildung abgeschlossen habe, träume ich davon, meinen Job woanders zu machen. Und das mache ich ab sofort in der Mamlaka Hill Chapel in Nairobi. Das ist die Partnergemeinde meines Kirchenkreises. Und dort werde ich als Praktikantin im Media & Music Department arbeiten und in einer Gastfamilie wohnen. Und falls ihr jetzt denkt, das hinter mir ist ein Greenscreen? Ne, ne, ne. Das ist die grüne Wand in meinem Wohnzimmer. Heute ist der 25.07.2022 und morgen Nachmittag geht mein Flug. Dann werde ich voraussichtlich am 27.07. morgens in Nairobi landen. So, das war es auch schon mit dem ersten Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne, teilt, liked und so weiter. Ihr wisst doch Bescheid. Sharing is caring. Ich packe euch in die Videobeschreibung noch ein paar Links zu Musikprojekten und zum YouTube-Kanal von der Mamlaka Hill Chapel. Wenn ihr mich bei meinem Auslandsjahr unterstützen wollt, dann schaut gerne bei GoFundMe vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Ich werde ab jetzt jede Woche ein Video mit einem kleinen Reisebericht hier auf dem Kanal hochladen. Und deswegen bleibt dran. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute euch. Tschüss. 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 Tschüss.